Am Freitag steht das Spiel gegen die Admirer in der Südstadt an. Mit welchen Erwartungen reist ihr nach Niederösterreich? Ja, grundsätzlich haben wir immer große Erwartungen an uns selbst. Wir wollen natürlich das Spiel dort bestmöglich bestreiten und am besten die ersten drei Punkte in der Saison einfahren. Wir haben jetzt das erste Spiel hinter uns. Es ist sicher noch viel Luft nach oben auf alle Fälle. Aber ich glaube trotzdem, dass wir wenig zulassen haben. Das stimmt uns positiv. Und vorne müssen wir einfach in unseren Aktionen klarer werden. Und ich glaube, die Zeit um halb neun tut uns auch allen besser. Auch den Gegnern natürlich. Aber ich glaube, dass das ein bisschen ein schnelleres Spiel werden wird. Jetzt gab es unter der Woche die Diagnose von Marco Ganschnig, dass er ausfällt mit einer Schulterverletzung. Wie tief sitzt da der Schock in der Mannschaft? Ja, der Ganschnig ist natürlich ein sehr wichtiger Spieler für uns, weil er auch schon sehr viel Erfahrung mitbringt und ein stabiler Innenverteidiger ist für uns und ein Zusammenhalt hinten ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir andere Spieler in der Mannschaft, die ihn jetzt ersetzen können, wo sie ihre Chance kriegen. Und ich glaube, dass wir das ganz gut wegstecken können. Und wichtig ist aber, dass er sehr schnell wieder fit wird. Und Gesundheit geht trotzdem immer vor. Und wir wünschen ihm auf diesem Weg gleich gute Besserung und hoffen, dass er bald wieder fit ist. Jetzt kommt der Absteiger. Man hat ihn in der zweiten Runde. Kann man nach einer Runde schon schließen darauf? Was ist das für ein Gegner? Wie tickt die Mannschaft? Oder ist das ein bisschen ein Blackbox? Ja, ich glaube, die ersten Runden ist immer ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Vor allem die ersten drei, vier Runden ist immer schwierig. Aber ich glaube, der Fokus sollte eher bei uns liegen. Wir wollen unser Spiel durchziehen, so gut wie möglich. So gut wie möglich, genau. Und wenn wir das schaffen, glaube ich, haben wir gute Chancen. Aber wir wissen, dass die Admira trotzdem eine gute Mannschaft hat, weil sie ja trotzdem der Kern eigentlich geblieben ist von der Bundesliga-Mannschaft. Und dass sie Qualität haben, wissen wir. Aber wir haben auch Qualität. Und wenn wir uns glauben, werden wir da auch was mitnehmen können. Wo liegt denn der Fokus in der Trainingswoche? Ja, wir wollen auf jeden Fall, das war eh schon in der vorigen Saison ein bisschen das Thema, dass wir im letzten Drittel einfach konsequenter werden wollen. Und wenn wir dann hinten genauso stabil sind wie jetzt im letzten Spiel, dann glaube ich, dass wir da gute Möglichkeiten haben. Und wenn wir in unseren Aktionen einfach klarer fertig spielen, ein bisschen mehr Zug zum Tor haben, dann glaube ich schon, dass wir da gute Chancen haben. Alles Gute dafür. Dankeschön.